Es ist Freitag, pünktlich zum Wochenende bin ich aus meinem Urlaub zurück, damit ich morgen eben gleich wieder ins Wochenende gehen kann. Vorher aber noch ein Tag täglich mit folgenden Themen. Die Kamera von WhatsApp wird überarbeitet. Das Samsung Galaxy Note 6 kommt sehr wahrscheinlich nach Deutschland. Apple feiert sein 40-jähriges Bestehen. Und Windows 10 bekommt ein natives Feature, das wir bislang nur über Apps wie Pushbullet realisieren konnten. Das alles gleich nach dem Intro. Das ist Berlin, das ist Gigatec. Ich bin Amir, das ist Tech täglich vom heute 1. April. Ich hasse ja den 1. April, weil jeder denkt, er müsste da einen blöden Scherz machen. Und selbst bei uns in der newsgetriebenen Tech-Branche finden sich der ein oder andere idiotische Scherz, auf den man erst auf den zweiten Blick aufmerksam wird. Ich habe heute Morgen tatsächlich eine Pressemitteilung von einem großen Online-Versandhändler, also dem größten Online-Versandhändler der Welt bekommen, in der es hieß, die würden ab jetzt auch per Rohrpost in Berlin ausliefern. Also war super professionell gemacht. Natürlich war mir anhand der Überschrift gleich klar, dass das Quatsch sein muss. Aber so weit ist das gekommen, dass in Pressemitteilungen jetzt schon Scherze gemacht werden. Wir haben die News des heutigen Tag täglich und überhaupt alle News, die ihr heute auf Giga.de findet, natürlich daraufhin abgekloppt, dass sie keine April-Scherze sind. Und dementsprechend präsentiere ich euch hier jetzt heute vier News, die, ich hoffe, nachher sicher sind und sich auch wirklich so morgen noch bewahrheiten werden. Fangen wir an mit WhatsApp. WhatsApp bekommt ja in letzter Zeit immer wieder neue Features. Seit neuestem konnte man, kann man PDFs versenden. Dann konnte man jetzt sogar den Text formatieren, so durchgestrichen und fett und sowas alles. Und jetzt ist ein neues Feature in der Beta aufgetaucht, wobei es ist kein neues Feature, es ist ein überarbeitetes Feature. Die integrierte Kamera-App, mit der man eben Fotos aufnimmt und dann gleich verschicken kann, wurde überarbeitet. Augenscheinlichste Neuerung ist, dass es jetzt unten so einen Fotoslider gibt, also womit ihr bereits getätigte Aufnahmen durchwischen könnt und die dann gleich in der App verschicken könnt. Es gibt noch ein paar mehr Sachen, also das Layout hat sich ein bisschen geändert. Nichts Großes, aber trotzdem schön, dass das Kamera-Feature überarbeitet wird. Wie gesagt, bislang nur in der Beta. Wann das in die Hauptversion reinkommt, bleibt jetzt abzuwarten. Alle Infos lest ihr auf giga.de slash Android. Und da lest ihr auch gute Nachrichten bezüglich des Samsung Galaxy Note 6. Im letzten Jahr hat Samsung ja die Note-Serie ausgelassen für Europa und hat hier nur das große Edge 6, Edge Plus hergebracht. Und in diesem Jahr sieht es wieder aus, ob das Note 6 dann auch nach Europa kommen würde. Wir hatten schon eine quasi Bestätigung, dass es in Großbritannien erscheinen soll. Und jetzt hat Sam Mobile die Modellbezeichnung der kommenden Geräte veröffentlicht. Und darunter befindet sich auch ein Modell, das auf den Titel SM N930F hört. Und das F ist wahnsinnig wichtig, weil das Galaxy Note 4 zum Beispiel hatte die Bezeichnung N910F. Und die beiden Samsung Galaxy S7 Modelle für Europa heißen 930F beziehungsweise 935F. Das F steht also offensichtlich für Deutschland. Und wenn es ein Note 6 Modell mit einer F-Endung gibt, können wir davon ausgehen, das wird auch nach Deutschland kommen. Ist alles noch keine offizielle Bestätigung, aber sehr, sehr wahrscheinlich. Auch das lest ihr auf giga.de slash Android. Dann, ich sagte es schon, heute ist 1. April und das ist nicht nur Scherztag, sondern das ist vor allem auch, und das wird meinen Kollegen Ben unglaublich freuen, 40. Geburtstag von Apple. Tatsächlich, Apple wurde am 1. April 1976 gegründet, wenn ich das jetzt nicht ganz falsch verstanden habe. Und dementsprechend sind das jetzt 40 Jahre, die uns, mich persönlich, dieses Unternehmen schon jeden Tag glücklich macht. Und zu diesem Anlass haben die Kollegen von GigaApple ein kleines Feature gemacht, haben hier eine kleine Auflistung, wie sich so der Umsatz von Apple im Laufe der Jahre verändert hat, haben ihre eigenen Apple-Stories nochmal verlinkt und fordern euch auf, in den Kommentaren doch mal eure persönliche Apple-Story zu erzählen. Also macht das ruhig, geht auf giga.de slash Apple und lasst den Kollegen da eure Geschichte aus 40 Jahren Apple da. Und dann noch eine schöne Sache bezüglich Windows 10. Also ich bin ja ein großer Fan von Windows 10. Das wird von Tag zu Tag besser, dieses Betriebssystem kriegt immer neue, tolle neue Features. Jetzt wurde auf der Bild 2016, die kürzlich stattgefunden hat, wurde ja dieses Notification Center in the Cloud vorgestellt. Und in diesem Rahmen wird es wohl ein Feature geben, das uns an Pushbullet erinnert. Pushbullet ist ja eine Applikation, mit der ihr Benachrichtigungen von eurem Smartphone auf das Windows-Gerät bzw. auf dem macOS-Gerät spiegeln könnt und teilweise sogar vom Rechner aus dann eingehende SMS beantworten könnt. Und Windows 10 wird so ein Feature wohl nativ bekommen und das soll nicht nur mit Windows 10 Mobile, sondern eben auch mit Android-Geräten funktionieren. Eine Unterstützung für iOS gibt es noch nicht, kann man aber davon ausgehen, dass das eventuell später dann kommt. Also das ist ein tolles neues Feature, auf das ich mich freue bei Windows 10. Wann genau das kommen wird, weiß ich nicht. Ich vermute mal dann mit diesem nächsten großen Update. Da will ich mich aber nicht zu früh festlegen. Wir warten es einfach mal ab. Aber insgesamt tolle Sache. So, und das war es auch heute schon vom 1. April hier aus Berlin von Gigatec. Ich war und bin Amir und wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht euch einen schönen Feierabend. Bis dann, tschüss. Tschüss.